Bank von Mürden damit den Karton den zerlegen wir mal vielleicht wird es mal ein bisschen heller natürlich nicht das beide müssen wir auch mal reparieren damit dürfen wir jetzt auch nicht so Verschlüssel mit Omenio und Zeitung Stuhl das ist doch kein Stuhl das ist eine Bank wir sehen schon da liegt noch was ein Getränk liegt da so ein Karton so sehr gut die zweite will ich mitnehmen aber die andere natürlich da haben wir noch was systematisch durchgehen hier bei Kartons alles ohne mit das nehmen wir mit noch was noch ein Karton können wir eines der großen Mutter geben der grauen Mutter eigentlich der großen No more cash ein Stück Stopp ja sehr gut jetzt mal gucken wie ich die Sachen dann reparieren kann weil das Beil zum Beispiel das brauche ich ja schon 43% ich hoffe dass es geht dann doch ist ja nicht so dass ich hier so Metallstücke irgendwie aus dem PC machen kann nein sowas geht nicht hier war anscheinend schon lange jemand da hier war anscheinend schon lange jemand da na gut nichts nein da sehe ich doch schon dass da nichts drin ist da der Ausstelle des Backmanagers schließt die Ausstelle von den Meeren auf schließt achso ein ist heute ja sag bloß ich glaube das stand da auch oder Wahnsinn hier haben wir nichts mehr hier ist nichts 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 hier sieht so fluchtartig verlassen aus beziehungsweise nicht fluchtartig sondern schon leer geräumt von anderen ja Janni spielt Counter-Strike alles gleiche so dann haben wir noch den oh sehr gut ja du bist ja wie ich weiß und kann man immer auch oh sehr gut das ist hauptsache immer wärmer nicht gerade geduckt oder warum ist der Sonne so groß wie groß ist denn die Schüssel bitte das ist ja nicht mehr normal Biesen Biesen kann ich immer noch sein sehr gut einmal natürlich nicht ob ich den einmal ganz gut überbrauchen könnte aber was soll jetzt schlossen schlossen brauche ich eine Brechtstange oh ja das kann so benutzen so hier ist nichts natürlich ist da nichts ok Papier ja aber pf äh gibt hier nicht mehr viel ne wie zu erwarten oh Kaffee alter ganz wichtig Lebenselixier Tasse Kaffee hier ist natürlich noch was drin klar trinken wie willst du das trinken das kannst du essen als Eis trinken ganz ehrlich die Metallbehälter noch ein Karton auch auseinander vielleicht geht da was runter ja es wäre schön gewesen ein Karton alles mit Zeitung da noch ein Karton oh der Holzbitter geht leider kaputt ich muss mal gleich gucken wie ich den reparieren kann ob ich ihn überhaupt reparieren kann den Tresor kann ich natürlich nicht den Tresor kann ich natürlich nicht hmmm das ist doch kein Papier aber Papier ist ganz gut natürlich alles da oh Mist warum ich schon mal hier bin kann ich hier grad mal also den natürlich nicht dann übergehen wir hier so das kann irgendwie mal wieder umlagern und die machen wir mal dann können wir einiges der großen der grauen Mutter geben dann machen wir jetzt Syntholz ah die Hälfte ähm ich habe Stockerzählen da haben wir hier ja auch Zeitung 0,9 gibt auch noch mehr was haben wir hier ah Antibiotika brauchen wir also gut es wiegt nicht viel aber trotzdem das wiegt aber einiges mhm nur so auch wir haben äh toll so Klamotten Klamotten nehmen wir auseinander da brauchen wir nicht viel Essen das nehme ich alles mit äh die Steine kann ich eigentlich auch wegtun das ist das ist das ist das ist das ist das brauche ich nicht und hier? was war hier? die brauche ich natürlich noch getrotetes Leder nur gucken was ich daraus helfen kann ich glaube meine Klamotten kann ich ja davon ähm das ist allerdings nicht äh kann ich hier irgendwas ranziehen so genau ok die bringt es gar nicht wo haben wir nicht? oh warum sind die ich frage gar nicht da haben wir nix, da haben wir nix, da haben wir nix, da haben wir nix da haben wir nix schal ah, kommen wir aufzulegen na gut, na gut dann gehen wir mal raus ins nächste Haus ich würde vielleicht erst mal hier runter gehen da ist soweit nichts wie ich sie sehe wie sie sehen ist da nichts da ist noch ne Kiste da ist ein Wolf du kannst mich mal Wolf nein nein ich versuche mal was ähm, spiel speichern ich werde früh zingen schreiben ok mein erster Kampf ok go komm schon ja man D avam das ist noch nie so allein klöchner bezwischen Ich habe beides nicht, ne? Sehr geil. Was ist denn das? Oh, die speichere ich jetzt mal nicht. Dann sollten wir daran sterben. Wir haben ja ein Problem. Mal schon mal gut zu wissen, wie die Kämpfe funktionieren. Na du? Oh, ich kann gar nichts mehr machen. Na gut. Da ist nichts. Ich dachte, ich kann ihn jetzt nochmal angreifen oder so. Oh mein Gott. Los mit dir, Mensch. Hä? Oh, ja, das war ein. Hä? War das jetzt? Was war denn das jetzt? Ja, aber geil. Dann nehme ich mir doch gleich mal was raus. Ähm, Damen. Ähm, brauche ich jetzt nicht. Stunde 11 an, Stunde ist völlig, völlig egal. Autsch. Autsch. Ah, die Haut können wir nicht mal trocken, ne? Ja, gut. Komm. Oh, die Temperatur geht. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Geil. Und ich habe nichts, womit ich... ...mir noch ein Haus, wo ich rein könnte. Das Kleine hier, oder? Oh, lass mich da irgendwas finden, bitte. Irgendwas. Komm. Ja, es ist... ...es ein Witz, wo bist du? Lampenmüll. Ich brauche keine Lampenmüll. Ich brauche... ...ne? Ah, toll. Ey, jetzt finden wir hier die ganzen geilen Sachen. Wahnsinn. Ich brauche das... ...desinfizioniert mir die bei euch. Ey, der will mich doch nicht verraschen, oder? Trotzdem nichts. Ich könnte mir auch gut... ...gut residieren. Ein Buch. Ja. Noch ein Buch. Leute. Kikami, ja, geil. Wir müssen immer noch was gegen die Wunde tun. Äh, das würde natürlich... ...ah, eine Stunde dreißig ist zu viel. Leute. Laufschuhe. Ja, das ist ja genau das, was ich brauche. Och, komm schon. Das ist so gar nicht gut. Das ist so überhaupt nicht gut, ey. Nee, 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 nee. Eben nicht. Ja, da. Danke. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da nehmen wir nur alles. Na, das ist doch echt... ...das ist doof. Kann ich alles zerlegen? Dauert aber so viel. Ja, so lange. Vielleicht mal ganz kurz. Ah. Ich meine, was haben wir davon? Ich hatte davon nicht ja nur eine mit. Die Schmerzmittel brauche ich ja nicht. Die brauchen die brauche ich auch nicht. Warum? So. Äh, meine Güte. Ich wollte was essen. Das kriegt sie. Das kriegt sie. Vielleicht müssen wir braten. Ich glaube, da müssen wir eigentlich mal gleich zurück. Das soll es nur gehen mit mir, ne? Na gut, müssen wir uns merken. Wir müssen einmal ganz kurz nochmal zurück. in, äh... die Bank. Schmerzmittel holen. Äh, das Antibiotika, nicht das Schmerzmittel. Damit wir da schon mal ein bisschen einer der die Gesundheit gibt relativ schnell runter. So. Zack, zack, ähm, also zack, zack, zack. Oh, come on. Die Bar... Boah, ich will mal was. Nein. Steuerung, ne? Die Steuerung ist zwei Pillen. Ach, das... Leck mich doch, ey. Nee, das hilft jetzt nicht, ne? Dann ist aber was los. Och, leck mich doch. Äh... Weißt du, was ich jetzt mach? Weißt du, was ich... Ich lad noch mal. Wir haben ja alles... Ja. Ich greife ihn zwar nochmal an. Äh, es ist... ist ja jetzt weg. Ich hätte es vielleicht ganz gut gebrauchen können, ne? Ja, ja, gut. Naja, am wenigsten geht es uns wohl jetzt gut. Mal gucken, halt erstmal hier so. Gieß, äh, das nehmen wir jetzt alles mit. Ich denke mal, wir werden den später dann nochmal treffen. Das ist... ...terrible. Ja, das sieht doch nicht so toll aus, hier, mein Hede. Bretter! Boah, das gibt sechs Holz! Okay, wir müssen noch... ...definitiv nochmal wiederkommen. Ich bin schon überladen, wie ich sehe. Kohle, ja, sehr gut. Wir sind gerade mal erst im Dorf und es gibt noch so viel zu, äh, erkunden hier. Oh, gerade springen. Ich will doch gerade hin, nicht springen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Dann können wir ja alles mitnehmen. Bin ich ja gerade da, ne? Ach so. Boah. Acht Minuten, ganz ehrlich. Dann nehmen wir mit. Nochmal hier. Ja, und ich bin da kaputt. Geil. Kann ich den irgendwie... Ich kann den nicht reparieren. Ja, geil. Ja, kann so. Aber es läuft jetzt gerade nicht so gut. Auch irgendwas... ...um das zu reparieren. Ähm... Ich glaube, die... ...Uhrer habe ich letztes Mal vergessen, ne? Ja, oder auch nicht. Gut, dann werde ich jetzt mal ein bisschen mehr auf meine Axt aufpassen. Oh, der war aber vorher nicht drin. Ja, wie gesagt, dann werde ich mal ein bisschen mehr auf meine Axt aufpassen. Und das, äh... ...weil kann ich jetzt eh nicht auseinandernehmen. Ja, 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 ja. Dass ich den wenigsten noch gegen den Schutz... ...ich in die Wölfe habe. Wenn ich den mehr habe, dann ist... ...dann, äh... ...kann ich gleich sterben. Jedenfalls hier, so. Äh, so. Äh, so. Ja, ja. Und doch. Dann gehen wir mal alles. Ein schönes Eis am Klostil. Das ist gut. Da ist sonst nichts. Da kommen wir eigentlich hin. Dann gehen wir mal raus. Äh, gehen wir mal raus hier. Äh, da hinten hatte ich noch ein... ...Haus, würde ich gerade sagen, gesehen. Ich würde mal meinen, da komme ich nicht rein. Oder? Oder? Nein. Na gut. Ähm. Da hinten ein Kaninchen. Hier. Okay. Oh, Antibiotika. Alter, das ist gut. Das kommt da wieder gelegen. In oben. Ich will gelegen. Ja, Psyduo. Ja, also mein Kindchen. Schlafe gut ein... ...Hm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nehmen wir ganz immer mit hier. Zack. Wenn es in der Lack-Purling. Lack-Purling. Oh, ist der aus. Ich höre ihn. Ich höre ihn so aus. Da ist es. Soll ich die Steine noch ausrüsten. Nein. Oh, da rennt er. Mann. Da rennt er zweit weg, ne? Was? Ich habe mich auch zu spät gesehen. Oh, oh, oh. Oh, fuck, 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 fuck. Du kannst mich mal beholfen. Tschüss. So nicht, Alter, so nicht. Nee, ist ein Haus. Achso, das wollte ich erst mal lassen. Mal. Trinken. Und die zum Holen versteckt. Oh. Ich traue niemanden mehr. Der Strom ist seit ein paar Tagen weg. Aber die Leute verzweifeln schon. Mit ein paar guten Vorrätern in unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor er Hilfe eintrifft. Ja, ja. Ja. Okay, warte mal, den nehmen wir auseinander, weil ich gucken will, ob da was runter ist. Nein. Oh. Oh, Tomatensuppe. Voltwert hier. Ja, Metallregal. Ja, sag bloß so. Ach, kommen die ne Mal noch mal mit. Was wollt's? Okay, da ist nichts drin. Oh, Kapuzenpullover. Sehr gut. Und hier könnten wir natürlich schlafen. Ich will da mal wieder, glaube ich, zurück. Und das Pech haben wir zum Rufler. Ich höre Tippelschritte. Also irgendwas. Irgendwas läuft hier rum. Kann auch hoffen, dass es der Ase ist. Da hinten müssen wir hin. Der Hase vielleicht noch irgendwo hier. Ja, ist ja gut, Jungs. Hä? Alter. Als ob du jetzt nicht mehr so was abkannst, oder was? Okay, ich geh mal hier lieber zurück. Ich kann nicht rennen. Wie viel hab ich denn dabei? Ja, wir sind leicht überladen. Leicht. Aber wir haben wieder einen Hasen. Das heißt, wir können vielleicht manchstück Fleisch machen. Aber das macht dann alles offscreen, weil das nur Zeit und nichts. Bisschen wie blöd oder so. Wie gesagt, das macht dann alles offscreen, weil das ist einfach nur langweilig. Das muss man nicht zusehen. Und ja. Na ja. Schuuu. Geht aber relativ gut voran, muss ich sagen. Also diese Seite haben wir jetzt komplett leer. Diesen Teil haben wir auch leer. Es ist nur noch der, wo die ganzen Häuser stehen. Und das kann nochmal interessant werden. Da muss ja noch das Haus des Palm Piel sein, damit wir die Schließfächer öffnen können. Sag bloß. Wie, jetzt kommt ein Wolf, ne, dann frisse ich ein Besen. Ich kann hier mal die ablegen, weil die brauche ich gar nicht. Kann ich an. Alles klar. Hab ich den eigentlich schon durchsucht, wenn das geht? Das geht doch. So. Mutter, ich bin wieder zu Hause. Die hat mich bestimmt schon riechen. Komm, hören. So. Die hab ich bestimmt schon gesehen. Ah. So. Buch kann rein. Er streichelt er halt. Brauchst du ja nicht. Zeitungspapier, Stapelpapier. Ja. Alles war rein. Ähm. Was noch? Ja, da können wir auch mal ein bisschen geben. Okay, der scheint voll zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, ich mache erst mal Schluss. Alles andere mache ich dann selber. So. Bis zur nächsten Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis zum nächsten Mal.